Wir befinden uns hier jetzt wieder in einem Workshop der Technik Live. Hier geht es aber nicht um Spokan oder sonstige Gewinnspiele, sondern hier einer der Workshop-Leiter. Wer sind Sie und worum geht es hier wirklich? Ich bin der Steiner Martin, ich studiere hier an der Universität Klangfurt Informatik und hier geht es eben um die informatische Zauberreihen. Das heißt, wir versuchen Konzepte der Informatik den Schülern spielerisch näher zu bringen. Aha, das geht über Kartenspiele. Ja, genau. Wunderbar. Und was ist die Fragestellung hier? Vielleicht kann mir das jemand da am Tisch erklären. Ja, es geht eben um die Sicherheit bei der Radübertragung und um das Setzen der Paritätspids. Aha, man kann also Fehlerkulierung mit Karten simulieren, das ist sehr interessant. Okay, dann danke ich für die kurzen Einblicke, lasst dem Herrn die Gelegenheit zu fragen und verabschieden mich. Danke, viel Spaß noch. Danke, viel Spaß. Vielen Dank.